hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich möchte euch heute hier ein campingrad euch heute vorstellen findet hier in der kategorie pkw hier haben wir das gute stück das kostet hier 250 euro und hier miete 12 euro wir haben hier ein ps an leistung entsprechend 0 kw und sollte 20 kmh sein aber sind noch 15 kmh wir haben ein imaginäres gewicht von 3,2 tonnen farbwahl haben wir hier auch schicke farben muss ich dazu auch sagen sind dabei sind auch hier ein bisschen vielleicht welche wo man sagt ja fallen weniger oder jetzt solche hier die erinnern mich beispiel an meine kindheit da gab es eher schon solche farben aber solche farben ja ich habe mir jetzt ganze schon mal gekauft und ja es ist jetzt hier kein neues modell das ist schon allein an die texturen räder hier sind sehr eckig erscheint sich hier um ein sketchup modell hier zu handeln denke ich mal finde aber echt das ganze cool irgendwie schon gemacht ja leider gibt es hier keine griffe keine bremse für vorne von der optik kein dynamo dran auch keine klingel licht leider funktioniert auch nicht aber hier von akustik ist jetzt die hier eine klingel zu hören jetzt wenn wir hier unsere mutter starten das sind jetzt hier die klingel schon mal geht drücken unsere hupe klingel funktioniert licht selber leider nicht dann machen wir jetzt die wir sind schon unsere höchstgeschwindigkeit sind wir hier die räder die eiern so her sie sieht lustig aus das muss man wirklich sagen mehr ist jetzt hier nicht drin von geschwindigkeit leider so sobald war vom gas geht als bleibt man stand gleich mal stehen also er wollten leider nicht aus das ist irgendwie schade wenn wir hier sehen hier unsere lok da da ist hier fehlerfrei ich hoffe euch hat natürlich hier mein kurzes video hier über das camping bike euch gefallen wenn ja schaut rein würde mich freuen hier sage ich dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer franz ciao ciao